So, Cheeseburger 15, Pommes 7, naja. Was ist ein Job-Fab? Das unterste grüne, Job-Fab 0,56. Ich kann es nicht leisten, aber ich kann es nicht leisten. Jetzt essen wir Bananen. Auf jeden Fall auf das Wiesemoto natürlich auch coole Open-Air-Action und zwar von der Fahrschule Mannhardt, die wir letztes Jahr im Sommer besucht haben, da habe ich einen Schräglagenkurs gemacht, den brauche ich natürlich nicht, aber. Und einen Willi-Kurs, den brauche ich schon und es hat tatsächlich gewirkt. Ich habe nämlich... Du hast dann nachher einen Willi zusammengebracht. Nein, ich habe eine GSX-S 125 gewillt und der Mann ist verantwortlich dafür, dass Stefan, bester Instruktor der Welt, der hier tatsächlich bei 0 Grad und weniger, was haben wir jetzt, Minus 2, 3 oder so, Schräglagenkurs anbietet und zwar zum hinten drauf mitfahren, dass wir die Julia machen, die jetzt hinter der Kamera steht. Servus, hallo, ich habe gerade gesagt, es hat wirklich gewillt, ich habe eine 125er Suzuki gewillt, weil ich es bei euch gelernt habe, wirklich, das habe ich nicht gekonnt, weißt ihr, voll aufdrehen, boing, einfach auslassen und so. Natürlich, auf einem privaten Park wurde es auch gesperrt. Ja, genau, unter polizeilich Aufsicht natürlich. Genau, genau, sehr gut. Und ist die MT-09 jetzt zum ersten Mal warm gelaufen oder hast du heute schon Action gehabt? War schon wer da bei dir? Wirklich? Du musst ihm das Mikro geben. Wir haben einen Freiwilligen schon gehabt, die Messe hat erst um 10 Uhr aufgemacht, das ist schweinekalt, also die Leute sind noch am aufwärmen. Das sieht man fast gar nicht, dass es kalt ist. Das ist falsch, das ist falsch, da rachst du gar nicht. Aber was mich fasziniert ist, ich habe es gerade gesagt, bei Minusgraden, was habt ihr denn da oben am Pilot Road oder so? Das ist der neue Pilot Road 5, ja. Was wir jetzt gemacht haben, ist einfach, wir haben den Luftdruck runtergefahren, eigentlich mehr so Rennstreckentemperatur, dass er wenigstens im Ansatz ein bisschen Temperatur kriegt. Interessant ist es, wir kennen es ja aus der Autowerbung, dass sie sagen, ab 8 Grad brauchen wir Winterreifen, also der Boden hat minus 1 bis 0 Grad. Es hebt schon, es hebt schon. Also man muss sich, wenn er mal 3, 4 Runden gefahren ist, muss man sich schon ein bisschen bemühen, dass er anfängt mit Rutschen, aber sonst hebt eigentlich gut. Und du hast da einen irrsinnig kleinen Radius, oder? Ja, also der Platz, wir haben leider nicht mehr zur Verfügung, aber es geht schon. Es ist jetzt hier eigentlich nur mal, dass die Leute das, was sie unten statisch sehen, dass sie es auch mal in echt sehen, dass sie sagen, okay, das funktioniert wirklich. Viele Übungen, die wir im Kurs, du kennst es ja gemacht haben, also Bremsen in Schräglage und so weiter, können wir da einfach nicht machen, weil wir haben keine Geschwindigkeit. Aber es geht. Es ist für Fußgänger auch mal ganz lustig, auch für die, die noch nie Motorrad gefahren sind, mal hinten drauf zu sitzen. Und kann man ein bisschen mit Märchen aufräumen. Das ist ganz schön. Das werden wir jetzt dann gleich unter Beweis stellen. Man kann ja große Worte machen. Jetzt suchen wir natürlich einen Freiwilligen. Ich weiß nicht, vielleicht will Julia oder vielleicht da. Entschuldigung. Schauen wir mal. Auf jeden Fall suchen wir jetzt wen. Wollen Sie hinten drauf sitzen vielleicht? Wie versprochen haben wir wen gefunden, der es macht. Wir selber sozusagen. Also ich eh nicht, aber der Chaote, der traut sich. Das Problem ist, 1000 PS kannst du das nie recht machen. Letztes Mal war ihm zu heiß. Hat er geschwitzt in der Kombi. Jetzt sind wir mit der Temperatur runter. Jetzt ist es kalt. Das ist immer ein Gejammer. Nein, aber in Wirklichkeit sind wir Viecher. Wir tun nur so, als würde uns alles am Nerv gehen. Eigentlich haben wir auch nur 25 Grad. Wir müssen ein bisschen memmenhaft so tun. Eigentlich ist es warm und sonnig und schön. Man sieht es jetzt einfach nur nicht, weil die Einstellung schlecht ist von der Kamera. Das noch irgendwie versorgen, wie wir von der Armee sagen. Am Mann nichts klappert, nichts scheppert. Ich bin echt, ich habe Angst. Ich auch. Sehr gut, sehr gut. Ich sag's dir. Einer von uns zwei ist nüchtern. Fahr das mal warm, fahr das mal warm. Und Stefan, ich würde dich bitten, geh ans Limit. Geh einfach ans Limit. Schau was geht. Habt ihr intern schon mal über so Teamfindungsmaßnahmen nachgedenkt oder so? Nein, aber er ist gut versichert. So geht's schon. Hört mich jeder? Ja. Winseln. Ah, bist depper, das wird schier. Das wird so schier. Warte, dann krieg ich einen Krampf. Es ist so, ich habe jetzt schon Todesangst. Wirklich. Bitte nicht. So Burschen, viel Spaß. So, jetzt fahren wir eine Linkskurve. Die Stützleder geben uns. So, ob wir die maximale Strecklage erreicht haben, oder? Ja. Wenn wir jetzt Regeln fahren, Ja. Ach du meine Güte, ist das geil. Volle Schräglage. Jetzt haben wir maximal Schräglage sofort gehabt. Was machen Sie? Überlegen Sie sich die Tour, die es fahren, oder was? Ja, was müssen wir machen, wir müssen das Motorrad entlasten. Wie erreichen wir das? Wir gehen einfach mit dem Oberkörper mehr in die Kurve. Heißt, wir bringen jetzt den Oberkörper Richtung von dem Stützrad. Okay? Das kann ich. Jetzt gibts schon mal deine linke Hand. Ah, fuck you. Ah, fuck you. Ah, fick dich eh. Ah, nein, bitte nicht. Jetzt scheiße ich mich echt gleich an. Bist du Tepper ist das hässlich. Das ist so schlimm. Jetzt hab ich echt einen Kramfahrt kurz. Das ist echt irre. Das war im Sommer irgendwie anders. Wie du siehst, es hebt trotzdem. Aber es weiß, das Rad war wesentlich weiter oben. Genau. Und vom Gefühl her waren wir aber weiter unten natürlich irre. Genau. Wir sind aber jetzt ungefähr auf dem kleinen Platz 5-6 kmh schneller gefahren, weil wir einfach jetzt noch Reserven gehabt hätten. Hätten wir das Ganze gerade sitzen drauf gemacht, wäre das Stützrad so stark am Boden gepresst gewesen, dass uns das Vorderrad weggezogen hat. Im realen Leben hast du natürlich kein Stützrad. Heißt, das wäre dann der Totalschaden. Die Generali freut sich. Nächstes, was wir machen ist, wir haben ja nicht nur schöne Kurven, die Spaß machen, sondern es gibt ja auch Großstädte und so weiter, wo wir manövrieren müssen. Jetzt haben wir das Problem, wenn wir langsam fahren, lassen wir das Motorrad immer umkippen. Motorräder sind eigentlich eine doofe Angewohnheit, weil die wollen entweder gar nicht fahren oder umkippen. Heißt, wenn wir jetzt langsame Kurven fahren und wir würden mitgehen mit dem Motorrad, dann ist 220 kg plus unser Gewicht, wo es umfällt. Also müssen wir Ausgleichsgewicht schaffen. Das Ausgleichsgewicht machen wir dadurch, dass wir mit dem Oberkörper eben dagegen gehen. Diese Technik nennt sie drücken. Kennt man vom Supermoto, kennt man vom Motocross fahren. Macht Sinn bei Spitzkehren, Stilfserjoch zum Beispiel, oder beim Manövrieren, heißt Parken, Stadtverkehr usw. ist extrem gefährlich, wenn man schneller fährt. Weil dann haben wir einfach den Effekt, dass wir das Motorrad unter uns rausdrücken und dann rutscht es weg. Das heißt, neun von zehn Rutscher, wo die Leute sagen, ich bin in der Kurve wegrutscht, liegt einfach daran, dass sie falsch auf dem Motorrad gesessen sind. Okay? Aber jetzt machen wir das drücken auch mal. Jetzt machst du folgendes, rutsch das Stück zurück. Genau. Legst deine Hände oben auf meine Schultern drauf. Brauchst sie nicht verkrampfen, brauchst sie nicht festhalten. Einfach locker bleiben und jetzt gehst du mit dem Oberkörper eben entgegen. Okay? Okay, das war das, was ich gestern gesehen habe, weil ich mich gewundert. Genau. Er macht es gut. Ich habe nur einen trockenen Rücken, also es ist okay. Du spürst das nur noch nicht. Wahrscheinlich dauert es. Weil es noch warm ist. Hey, die erste Rechtskurve. Cool. Wichtig ist bei dem Spiele, dass der Beifahrer mitspielt. Das nächste Spiel, was wir machen, ist, ganz viele Leute wissen nicht, was das ist. Das ist ein Lenker und keine Haltestange. Also meistens neigt man dazu, sich daran festzuhalten. Das ist beim Motorradfahren kontraproduktiv. Warum, zeige ich dir jetzt. Wenn ich mich da steif mache, dann kann ich auch nicht gefühlvoll Gas geben. Ja, wie das ausschaut, siehst du jetzt dann gleich. Jetzt achte es dann mal, jetzt zeige ich dir einmal, wie es nicht geht. Und dann achte es dann mal nachher auf meine rechte Hand. Ich fahre das Motorrad nur mit zwei Fingern. Ich brauche nur zwei Finger am Lenker, mehr brauche ich nicht. Es funktioniert im Langsamfahren genauso wie beim Schnellfahren. Okay? Also siehst du dich mal richtig fest bei mir. So? Ja, genau. So, jetzt fahren wir mal scheiße. Nein! Nicht so scheiße. Ich bin jetzt so scheiße. Das ist verdammte Arschloch! Hör auf hier! Also. Das machen wir. Mit dem Zwei-Fingern Lenker. Ja. Zwei-Finger. Ja. 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 Jetzt wir nur mit dem Oberkörper arbeiten. So. Jetzt kann ich es mit dem Oberkörper fahren. Geil! Fett! Ja? Jetzt müssen wir am Lenker krampfen und locker bleiben. Bester Mann! Ich habe es gesagt. Unglaublich! So viel zum Thema Reifen aufwärmen. Wie gesagt, bei uns, bei den Kurse, das ist jetzt nur ein Teil vom Kurs. Das meiste, woran die... Die meisten Motorradfahrer fahren ja jetzt nicht wirklich schlecht. Es liegt einfach daran, viele, viele Fehler, die man macht, merkt man erst dann, wenn man zum Beispiel ausweichen muss, wenn man bremsen muss und so weiter und so weiter. Und dann ist es aber zu spät. Und wir zeigen den Leuten einfach, was kann dein Motorrad, was kann es nicht. Und was ganz wichtig ist, was kann ich dazu beitragen, dass mein Motorrad sauberer fährt. Weil die Leute investieren wahnsinnig viel Geld in Fahrwerke, in Tuningauspuff und so weiter und so weiter. Was effektiv eigentlich gar nichts bringt. Wenn man halbwegs sauber auf dem Motorrad sitzen kann, halbwegs die Basics beherrscht, wie bewege ich mich auf dem Motorrad, dann fährt man schon viel sicherer. Und der Dive ist auch ein Katzel. Es geht tausendmal gut, dann hat man das Gefühl, man macht ja alles richtig. Und dann ist einmal in der Kurve die Situation, das Scheißhaufen auf der Straße, eine Kuh, ein Wanderer, wie auch immer. Und dann muss ich bremsen. Und wenn ich dann natürlich nicht weiß, was mit dem Körper anfangen muss, dann geht es natürlich schief. Das bringt ihr den Leuten so wie jetzt hierbei. Wir haben verschiedene Kursmodule. Es empfiehlt sich eigentlich immer mit dem Basic-Kurs anzufangen. Basic heißt nicht, hat nichts mit dem Fahrkönnen zu tun, sondern beim Basic-Kurs geht es darum, da reden wir mal über die Grundlagen des Kurvenfahrens, das Bremsen in der Kurve, Fahren auch in der Kurve bei Nässe, also dasselbe Spiel machen wir dann auch auf Nasser Fahrbahn. Da ist es so, dass man den ganzen Tag mit unseren Motorrädern unterwegs ist, mit den Stützrädern dran. Hat einfach einen psychologischen Effekt. Man hat nicht so viel Angst um das eigene Motorrad. Beim Advanced-Kurs ist es dann so, da wird es kurz repetiert und dann gehen wir in den öffentlichen Straßenverkehr. Wir haben eine sehr schöne Strecke. Da geht es fünf Kilometer am Berg hoch mit Kurven und so weiter und so weiter. Und dann schauen wir auch mal eine Strecke an. Was kommt hinter der Hecke? Weil normal kennt man nur Hecke auf, Moped rein, Hecke zu, Moped weg. Was kommt denn danach, außer der Krankenwagen? Und wir lesen auch mal eine Straße. Und dann machen wir so schöne Spiele, wie auf der idealsten Linie ist ein wunderschöner Kanaldeckel. Und da hageln wir mal drüber, dass man sieht, es passiert eigentlich nichts, wenn ich locker bin. Und dann machen wir so, dass der Teilnehmer sitzt auf seinem Motorrad als Beifahrer hinten drauf. Wir fahren mit 80 kmh auf der Kurve zu und dann lasse ich den Lenker los und dann lenkt der mal von hinten. Ohne, dass er die Hände benutzt. Natürlich ist das alles kontrolliert, weil auch wir haben Knochen, die irgendwann einmal brechen. Und wenn es schief läuft... Na ja, du nicht, oder? Ja. Es geht. Es geht. Und dann greifen wir natürlich ein. Aber im Normalfall ist es so, es ist auch gut einmal zu sehen für die Leute, was hat der Beifahrer eigentlich, die mit Beifahrer fahren, was hat der eigentlich da hinten für einen Hebel? Weil das ist massiv. Es ist egal, ob man jetzt jemanden schweren hinten drauf hat oder jemanden leicht hinten drauf hat. Allein von der Geometrie her hat der hinten einen immensen Hebel. Und wenn der da hinten zuckt, dann merkt man das vorne schon. Das weiß der Kollege Chaot, der ja bei seinem Cousin hinten auf der Aprilia Red Rose als Jugendlicher mitgefahren ist. Ja. Und hat sich immer in die falsche Richtung gelegt. Und da ist er ganz stolz darauf, dass er das damals überhaupt nicht beerscht hat. So, letzte Frage. Taugst du jetzt im Kalten eigentlich mehr, als im Sommer sowas zu machen? Schon, oder? Wäre die Antwort rausgeschnitten? Nein. Es ist okay. Es klingt jetzt blöd, aber solange das Ding läuft, bläst es relativ warm unten rauf, ist okay. Vom Stehen wird es eigentlich dann kalt. Aber es geht. Es sind nur vier Stunden. Es ist nicht orgel. Du hast schon den nächsten Kandidaten übrigens. Du hast schon wieder einen Kandidaten. Und ich wollte nur sagen, die Maschine ist ja so live und umgebaut, mit der kann ja gar nichts passieren, weil du hast die Spiegeln abmontiert. Genau. Da kann ja nichts sein. Die Spiegeln sind deswegen weg, weil es macht mich furchtbar nervös, wenn ich mein eigenes Gesicht ziehe. Weil da sehe ich erst, wie viel Angst ich habe und so fällt es nicht auf. Das macht mich ein wenig lockerer. Finde ich auch immer sehr hilfreich, wenn ich die Spiegeln ein bisschen wegdrehe. Was noch ganz cool ist bei unseren Motorrädern ist die Ausleger. Die hat Sutter Racing für uns gebaut, also auch die, die in der Moto2 Motorräder bauen. Die beeinflussen das Fahrverhalten von dem Motorrad nicht. Also es gibt natürlich auch andere Motorräder mit Ausleger. Das schaut dann so ein bisschen aus wie A380. Ich habe eigentlich geglaubt, dass das schon viel wiegt. Nein, du kannst dich auch selber davon gerne mal fahren auch überzeugen. Das hat absolut keinen Einfluss auf das Fahrverhalten. Und dadurch sind wir sehr nah an der Realität. Danke Stefan. Bitte, gern geschenk. Du kommst schon heim, hast du eine schöne Messe. Sicher. Wir gehen wieder rein, weil uns friert der Hintern ab. Stutter. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017